Wenn du deine Schweigepflicht einhältst. Okay. Ich geb's auf. Ich geh in den Nahkampf. Meine Rüstung ist weg. Ich geb's auf. Warum versteckt man eigentlich geheime Geheimkisten? Warum tut man das? Ich brauche Eisen. Oh, boh, boh, boh. Ich hab einen Bogen. Warum hat man geheime Geheimkisten? Wozu hat man die eigentlich? Wozu? Genau. Und damit andere Leute, die die Gäste ausdecken und man denn nicht mehr, meine... Das braucht man Eisen. Nee, ich geb gar keine Idee. Ich bin geizig. Ich bin geizig. Ich bin totaler Geiz. Weil ich jetzt einfach total unzufrieden bin, weil ich einfach kein Bock mehr hab, diesen Weg da weiterzubauen, denn einfach scheiße. Dieser Weg, der bringt einfach nichts. Man wird einfach nur ständig getötet. Das hat einfach keinen Sinn. Oh, ich habe Eisen. Bist du schon in der... in der Mitte sitzen? Ja. Ich komme. Und zwei blaue sind über mir. Ja. Das macht mir Angst. Hast du Essen? Ja. Kannst du mal Essen runterschmeißen? Nee, gerade nicht. Ich stehe zwar unter dir, aber egal. Musst du hochkommen? Boah, das ist auch ne, das ist einer von uns. Ich komme noch hoch. Oh. Oh, hey. Oh. Da kommt jemand. Von den blauen Dauern. Von den blauen Bergen kommen wir. Achtung, jetzt zerfick dich. So, what's fuck, what's fuck, what's fuck, what's fuck, what's fuck. Alter. Aber sag nicht, ich habe euch gewarnt. Ich, ich lebe noch. Ich habe euch gewarnt. Und der kommt, der kommt, der kommt. Ich habe euch gewarnt. Der gewarnt ist ein Krim. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Das ist mir zweimal. Sag bitte nichts. Okay, tot. Und ich brauche Essen. Opfer. Wo kann ich unseren eigenen Teammate kaputt machen? So richtig kaputt schon. Egal, ich werde mir jetzt definitiv nicht mal den besten Bogen fahren. Meine Fresse. und ich folie steht eine halbe Stunde um in den besten Bogen zu fahren das war nicht sehr aktiv ja ja doch musste ich ja siehst du ja es wird sich nicht so gut wenn sie meinten es geht in Köln ich weiß dass er nicht mal zweite Bates Mann das ist in den Händen zusammen gewonnen wir müssen für diese scheiß blauen lieben an das kann nicht so schwer sein oder die andere Leute haben aber die blauen sind geradezu das ist ungünstig und die grünen spielen einfach Heckschützen das ist hässlich oh immer wenn ich mir die Items geilen will dann kommt dieser hässliche Spaten und Geier zu mir ey nicht du wenn du dich gerade angesprungen gefühlt hast Aua Achso na dann du oh jetzt brauche ich noch noch 5 Gold da oben sind einfach 3 blaue warte 3 blaue denn ist nur einer in der Base ja ja lol eigentlich könnten wir Zugriff machen oder Lass uns einfach auf die blaue Base zustürmen dabei eigentlich ist doch nichts dran an der Sache oder ja auch gleich kommt mal jemand irgendwelche und äh also naja ich würd mal sagen hab ich schon mal gesagt so wir haben zweite Base Digger ich war das nicht okay nein jetzt würde der scheiß Weg auch weiterhelfen weil das nicht schneller um und bemerkt von einer Base zu anderen ja weil er muss überhörig weiterführen so die einzigen blauen sind jetzt noch in der Mitte ja lass sie mal da hm hm ok wirst du ok ja mal ein bisschen alt im Snicken ach das sind nur zwei blau boah geschafft ja die Typen werden sich jetzt da drüben verbarrikadieren älter in den Krieg du ich hab Gott gedacht aber in den Krieg äh so was geht hier ab nix brauchst du für euer Gold ja ich brauch immer Gold ja hol's dir ich bin ne goldgeile Sau goldgeile Sau lol wie da unten wie der eine sich da unten einfach erst mein Haus zusammenzimmert weil er keine Hobbys hat oh oh hab ich den nicht trefft wie ich nicht einfach ne gegnerischen Basis vercampe und mir einfach meine Items zusammenfarbe ja stell dich in mich rein du weißt dass ich mehr Bogenskills habe als du geh weg alter spinnst du was denn was denn was denn mit mir so ich dir boah der geht mal auf den Sack mach den weg ich hätte den einen so richtig geil weghauen können nein ja ja hätte ich jetzt auch gesagt und in der Mitte gibt's Gold hab ich gehört ja in der Mitte gibt's aber auch blaue hab ich gehört in der Mitte gibt's auch blaue ja doch zwei blaue müssen immer noch oben in dieser Kurve ja sind ja noch zwei blaue wann sind das Noobs ah einer hab ich tot äh ja die schießen uns da hinten irgendwie mit Pfeilen ab was drauf ja weil die alle keine Hobbys haben auch grün macht das aber grün trollt sich untereinander die haben so'n scheiß Noob in ihrem Team der die ganze Zeit nach Feuer legt und die seine Teammates trollt das gefällt mir wieder ich geh mal zur blauen Basis natürlich nicht wenn sie in unserem eigenen Team sind aber so im fremden Team machen die immer viel Sinn ach du bist ja auch in der blauen Basis stimmt ja ja klar ich farm hier wenn du denkst du kannst hier was ziehen ist nicht doll äh du Digga okay blaust down warte mal kurz ja das habe ich gerade getan ja aber ich müsste getötet und so ja klar ja klar ja wir haben sich hier eingebaut ach Gott wo ist das andere gold ach hier ach man ey die gehen mich auf den Pisser ich habe sieben gold ja wir müssten äh die die haben die gelb äh die gelben sag ich schon die blauen hatten hier hinten weg angefangen dadurch dass die grünen gerade abgelenkt sind wollen wir mal versuchen da weiter zu kommen oder ja gar keine städte denn die grünen müssen geschickt werden du kannst die ja von da versuchen ich werde aufhalten dass sie in die mitte kommen oh Gott okay geschafft haha das wird eine anstrengende Sache werden aber ein bisschen Zeug ach ich kann mir ein besseres Schwert holen ok ok und vielleicht mal eine bessere PX ja ja tu also ein Thema habe ich schon auseinandergenau gemacht noch ja ihr Weg ist echt provisorisch welcher Weg ja ich denke mal der wurde irgendwie auch aufgebaut oder so nein alter so viel Glück kann man noch nicht haben no und ich hab mir grad nen Eisenschwett geholt zu halten die merken gar nicht dass ich komm doch jetzt hast du noch bemerkt dass ich da bin jetzt wird's heiß du bist heiß nö nö kein Bock ich geh jetzt zu blau rüber hol mir das Gold blau ist schlecht mach lieber grün fertig scheiße er hat mich runterge... oder f... ich find das jetzt nicht mehr witzig ich geh zu blau und hol mir Zeug ja das würde ich auch schon und hier ist einfach ein Bogen drin ok nehm ich mal mit ja den hab ich da reingetan aber danke würde ich ja nicht tun an der Stelle ja den hab ich da reingetan weil ich einen besseren Bogen hatte mit sich dann trotzdem wo ist denn in der Mitte das... ach da ist Gold und wissen meint noch so ich könnte dir diesen Weg ja mal ausbauen wir haben da haben wir gerade so schön abgelenkt werden Reusper, Reusper, Hust, Hust das ist nicht ganz... das heißt wer ist da? Boah, deine Mutter okay okay die ist zwar eh nicht grad da aber egal das ist mir auch egal